Und willkommen zurück zu Teil 11 unseres Ori Let's Plays. Ich habe es mir zur Aufgabe genommen erstmal einige Ability Points zu sammeln und ja einfach mir das Spiel ein bisschen einfacher zu machen indem ich mir ein paar neue Fähigkeiten dazu lerne und ja ja entdeckertrang wie man es nimmt. Ey hier sind ja unglaublich viele Ability Points noch. Natürlich werde ich jetzt nicht alles da jetzt hinein investieren von meiner Zeit her. Also was ich überhaupt noch lernen möchte ist eigentlich will ich nur bis hierhin kommen. Triple Jam. Also brauche ich insgesamt noch sieben Ability Points ich bin bei drei. Also vier Stück einsammeln? Geht doch. Ey wenn ich die ganze Zeit nicht so schaden passieren würde. Da oben ist direkt der nächste. Das heißt ich kann hier wieder hoch. Ups. Wieso geht das? Manchmal geht das so easy und manchmal überhaupt nicht. Ich check die. Oh ich habe mich da trotzdem treffen lassen. Das ist krass. Bestimmt kann ich da unten eigentlich. Hier komme ich noch nicht durch. Hier ist irgendwas was ich noch anzünden muss. Ach das Ding hier. Jetzt verstehe ich was diese Dinger auch die ganze Zeit bedeuten. Ich bin so oft an diese Dinger vorbeigehen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt was das für Dinger sind. Die Unterwasserparts sehen auch echt schick aus. Aber ich verstehe nicht wieso Ori unbedingt tauchen lernen müsste. Also dieses Unterwasser atmen. So besonders schwer sind diese Fazit eigentlich nicht. Ok da oben. Wo komme ich da jetzt eigentlich hin? Ok. Ok das ist jetzt super gewesen dass das. Aber ehrlich ohne diese Fähigkeit will ich hier niemals reinkommen in diese ganzen Punkte. Krass. Und viele dieser Punkte komme ich jetzt erst an weil dieser Winter existiert. Und viele dieser Punkte komme ich jetzt erst an weil dieser Winter existiert. Ja ok. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Genau da drüber sind noch zwei Sachen. Wie komm ich da denn hin? Hier einmal rum. Da hoch. Und ja. Ok. Los ich. Ui. Ui. Ich habe es fast geschafft. Fast den Triple Jump. Ich hoffe es lohnt dir. Ich hoffe es lohnt dir. Ich hoffe so sehr dass es sich lohnt den Triple Jump zu machen. Oh. 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 Stockwasser. Oh. Was hattet ihr eigentlich von Plague's Tale? Und ja. Das ist doch eigentlich auch ein cooles. Ein relativ cooles Spiel. Oder ich weiß nicht. Wie. Ähm. Interessant das vielleicht für Zuschauer ist. Aber ich finde halt die Story dahinter echt interessant. Ich habe jetzt eigentlich. Echt gutes gehört. Ich habe halt einen Teil des Let's Plays schon gesehen. Ähm. Bei Rocket Beans. Aber die haben es halt nicht zu Ende gespielt. Und. Ja. Äh. Die Sache. Da war ja. Die haben es angefangen. Nicht zu Ende gespielt. Oh. Und ich habe halt. Gehört. Es soll später absurd werden. So Sachen wie so. Äh. Chucknado Style. Chucknado halt. Ansonsten soll es eigentlich doch ein recht coole Spiel sein. Oh. 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 annihiler excitement gestorben Algiersdrohung, nutritiouserク estimates. Oh. 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 Ah. Lernen wir erstmal hier den Triple Jump, Fähigkeit, Soul Link, Halve Cross of Soul Links und der Triple Jump, perfekt, und die nächsten Fähigkeiten Ja, brauche ich diese Dinger eigentlich noch? Eigentlich nicht, das und so, vielleicht noch 6 Marker, ich nehme die Punkte einfach mit, brauche ich sie eigentlich nicht mehr Ich sehe, 1 Lern, 1 Dern, 2, 3 Ich sehe, 1 Lern, 1 Dern, 3 Hey, ist das ein Triforce? Klar! Wie kommt man hier durch? Okay, Stomping, Kommandos. Noch eine Beliebord. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ergibt jetzt alles Sinn Hier sind keine wichtigen Sachen mehr drin Komm ich jetzt da drüben hoch? Ach hier komm ich jetzt doch hoch Hier wäre ich auch vorher nicht hingekommen Komm und nur noch den letzten da hinten Dann habe ich 6 für alle restlichen Fähigkeiten Warte was näher dran Oh im Fall nimmt sich nicht so viel Ich wäre gestorben Hier gehen wir auch nichts mehr Wooh! 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 Das war's für heute. Oh, zum Glück habe ich da gespeichert. Da laufe ich sogar noch doppelt in meinen Tod rein. Oh, sorry Leute, ich bin heute nicht so in Rede-Mode. Einfach, weil, keine Ahnung. Ui, ui, ui. Stimmt, hier konnte ich ja am Anfang noch gar nicht hin. Deswegen war ich ja noch nicht, weil hier geht es ja erst danach hin. Stimmt. Da wusste ich noch gar nicht, wo ich alles hin kann. Und da komme ich auch noch gar nicht hin. Das heißt, ich bin voll umsonst hier jetzt. Also probiere ich es gar nicht erst dahin, dann hätte ich doch da unten hin gesollt. Ja, gut, dann weiß ich ja jetzt, wo ich hin muss. Wop! Staffen! Und wenn ich diesen Teil erledigt habe, geht es dann wieder weiter in der Story. Mann, ich möchte echt gerne wissen, was die Katastrophe von dem Baum hier ausgelöst hat. Irgendwas muss ja dafür gesorgt haben, dass der Baum halt irgendwie das Leben von allen zerstört. Okay, wie sieht ihr hier irgendwas zum Anzünden? Ich sehe hier nichts. Ist hier irgendwas? Da ist ein Hebel. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Okay, macht den. Aha. So funktioniert das einfach. Und jetzt muss ich da hoch. Nämlich da hochfliege. Also bin ich hier ungefähr schon in Richtung. Erst verspeichern und dann Abilities leeren. Das ist Reduce with Damage affected by Enemies. Das ist mir Latte. Nein, ich sterb so oft, komm. Soulmaster. Tolles Achievement. Kommt, diese Dinger bräuchte ich nicht. Flames Burst und hier. Ja, wenn ich da die Neugierigkeiten kriege. Game saved. Schon fast 6 Uhr morgens. Komm. 20 Minuten ziehe ich noch durch. Dann ist es Zeit zum Pennen. Dann müsste ich da oben eigentlich auch irgendwo angekommen sein. Schauen wir mal. Vielleicht entdecke ich da unten auch noch was. Wait. Irgendwo muss doch wieder was sein. Ja, hier. Da ist das schon wieder. Ohne diese Fähigkeit hier wäre ich doch aufgeschmissen. Ach stimmt, ich kann ja jetzt unter Wasser atmen. Yo. Sonst hätte ich hier ja Probleme. Okay. Ich hab das jetzt hoch oder runtergekommen. Okay. Ich hab das jetzt hoch oder runtergekommen? Ach so. Okay. Ja gut. Jo. Das hab ich jetzt hier unten gefunden. Das wär jetzt aber auch nicht so schlimm gewesen, dass ich auch so hinbekomme hier. Aber für die Leute, die die Fähigkeit nicht gelernt haben, es gibt immer die Möglichkeit, das anders zu machen. Sieht ein bisschen aus wie Mew. Oh, diese scheiß Kante da. Es klingt immer so richtig gefehlt, wenn Ori aus dem Wasser kommt. Nee, da komm ich nicht durch. Ja, du hast doch noch einen Fall. Ja, das nimmt. Ja, du hast es nur Hello. Okay, wir sind dran. Ich versuche sie zu einem・ weinen. Ich bin nicht überrascht, ob ich das hier nicht. Was auch meinstnah. Ich bin einblick, oder was ich? wie kriegt man diese wende kaputt echt checks nicht was muss ich denn bitte machen also da war ich nicht durchprobieren weil man kennst du hier noch einmal speichern und dann geht es aufwärts ich habe ja schon echt vieles geschafft wenn diese zwei parts damit ich durch die animation sehen auch echt oder was die letzte fähigkeit ich dann noch eine fähigkeit welche fähigkeit ist das denn wo bekomme ich die denn hier bitte her naja ich werde es wahrscheinlich schon wieder irgendwo verpasst es ist wirklich richtig avatar style einfach wie irgendwie an mit mit seinem leiter hier würde ich wirklich nicht hinkommen ohne warte wait es ist immer noch nicht hier wie komme ich da ganz hoch also muss ich denn jetzt ganz hoch fliegen ach da drüben die stacheln das sind das instant death stacheln noch mal die stelle gefunden schwechern also diese schnellfeuerkröten hier Otsch, 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 otsch. Otsch, 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 otsch. Otsch, 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 otsch. Otsch, otsch, otsch. Otsch, 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 otsch. Otsch. Otsch, otsch. Otsch, otsch. Otsch, otsch. Otsch, otsch, otsch. 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 96% habe ich auch bekommen die Fähigkeit 96% 71% Hologrove 71% Fehlt mir hier was Vorunfall Swamp Hologrove Da unten Hey nein Ich komme jetzt nicht damit, dass ich da irgendwo eine Fähigkeit schon wieder vergessen habe Oder übersehen habe Brennt, brennt, brennt 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 auch Blackwood Burrows Das Paradies Islander Sunken Glades Valley of the Wind Fallen Rums Oh nein Nein, 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 nein Ich gehe jetzt mal hier oben lang Vielleicht Vielleicht Ach, da ist noch eins Oh, meine Fresse Ich dachte, ich habe dir jetzt schon Panik geschoben Das war jetzt dumm gelaufen Nein, 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 nein Ich gehe jetzt Entste Komm, dann Schl276 Jetzt ist erstmal die弓 also hoch geht's ach nein Fähigkeiten noch kommen wohl schon was Gutes und wie komme ich da jetzt durch da hinten ist dieses Ability Ding aber wie komme ich hier durch seriously da ist nichts mehr ich sehe ich hier eine Pflanze nicht entfachen muss ok irgendwas passiert oh wenn ich ins nichts gehe sterbe ich yay sooo klar ach klar hiermit mache ich die Dinge auch kaputt hierher ich habe keine Das war's für heute. Ich brauche noch mehr. Ich habe drei, ich brauche vier. Ist die vierte da, wie komme ich da hin? Ich brauche noch mehr. Okay. Oh lord. Okay, hat der Controller keinen Strom mehr? Oder? Moment, das mache ich jetzt nachholen. Ne, okay. Da wird's hoffentlich nicht liegen, sondern das ist einfach nur vergiftet. Und ich deswegen. So, ich versuche diesen Part dann noch freizuschalten oder da hinzukommen. Dann ist auch heute wieder Ende, weil es verdammt spät und ja, irgendwann ist auch mal Ende. Hallo Froggo. Es ist aber lustig, dass du dieses typische Videospielklischee, falls es euch schon aufgefallen ist. Dieses, ach ja, wie wär's mit, ähm. Ach fuck off. Ah shit, shit, shit. Warte, wo ist mein letzter Speicherpunkt? Zu weit weg. Oh, ah, das hat mir richtig viel gebracht. Ähm, typisches Videospielklischee. Eben mit gleichen Gegner, nur andere Farbe. Immer wieder. Einfach statt, weißt du, statt neuem Design einfach neue Farbe. Oh, fuck off. Gerade. Kerzen gerade hoch, Kerzen gerade hoch. Oh. 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 Ich werde schon wieder zurückgehen. Ich sterbe! Schandauernd! Ich schau mal die Map-Dinger. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Was ist das? Was ist das? Ich habe Angst. Das werde ich wahrscheinlich hier irgendwo brauchen, sonst könnte ich das jetzt nicht hier rüber schießen. Okay, das Ding ist jetzt hier. Und jetzt? Nochmal speichern. Will ich dieses Rätsel wirklich jetzt noch lösen? Will ich es wirklich probieren, jetzt noch zu lösen oder speichern? Ich speichere einfach hier noch ein letztes Mal ab. Das war's dann für heute. Ich bin weitergekommen, als ich eigentlich gedacht hatte. Obwohl ich dann schon wieder ein bisschen gezweifelt habe bei mir. Aber hey. Nichts Neues! So, vielen Dank wieder für die Leute, die sich diesen Spaß mit mir anzusehen. und mir beim Versagen zu sehen. Vielen lieben Dank für diejenigen, die ihre Zeit investieren, sich meine Videos anzugucken. Und ich bin schon echt froh, wenn ich bald dieses Kapitel hinter mir gelassen habe und mit dem nächsten Spiel anfangen kann. Also haut rein, bis zum nächsten Mal! Wenn Sie gucken,ствие August 1 kann mal amivalen.